Neid ist dein Held in der Nacht für Regeneration und Hauterneuerung. In Neid ist auch unser ultimatives Technik doppelt verkapseltes Retinol enthalten. Durch die anderen Superhelden in Neid, wie zum Beispiel dem Grundbaustein des Hyalurons, dem Acetylglucosamin, wird deine hauteigene Hyaluronproduktion angeregt und in der Nacht dein gesamter Hautstoffwechsel wieder angekurbelt. Deine Haut verjüngt und erneuert sich so von innen heraus, während du schläfst. Warum während du schläfst? Weil nachts die Haut schneller regeneriert, Hautschäden sich schneller reparieren und Vitamine und Mineralien nachts besser verarbeitet werden. Die Eigenschaften vom Neid sind unter anderem eine kraftvolle Kollagen- und Teleron-Neubildung, Hautstraffung, Hautneubildung, anti-entzündliche Rehydratisierung, Feuchtigkeitsspeicherung, ein Auto-Repair-Effekt und vieles mehr. Du merkst, ich bin ein Fan davon.